In diesem Film möchte ich euch zeigen, ein sehr interessantes Lebenselixier, nenne ich oder wird genannt, und zwar eine sehr gesunde Kur. Die Inhaltsstoffe für diese Kur sind einfach Zitronen, Zitronensaft, Bienenhonig, Walnusskerne, ich habe hier zerkleinert, und Weizenkeime. Wie ich die Weizenkeime gemacht habe, werde ich euch in einer anderen Film zeigen. Wie die Angeschafften von dieser Walnüsse, Zitronen, Honig und Weizenkeime, werde ich gleich erzählen. Wie das alles, wie diese Kur gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Einfach die Zitrone auspressen, die Sack rausnehmen. So, die Zitrone habe ich hier gepresst, ausgepresst, den Sack einfach in eine Schale tun. Ich habe genommen, oder wir benötigen für dieses Rezept, ungefähr 50 Gramm Walnüsse, 50 Gramm Weizenkeime, 3 Zitronensaft, also von 3 Zitronen, der Saft von 3 Zitronen und Honig, 50 bis 100 Milliliter oder sogar 200 Milliliter Honig, nach ihrem Geschmack. Wie süß ihr machen wollt oder möchtet. Die Walnusskerne habe ich zerkleint, mischen wir mit Zitronensaft. Jetzt werde ich einfach mixen, ganz klein pürieren, diese Weizenkeime. So sieht es aus. So sieht es aus, unsere pürierte Weizenkeime. Habe ich ganz wenig Zitronensaft zusammengetan, damit das eine Paste wird, und damit das besser man pürieren kann, oder sehr klein. So jetzt mischen wir die ganze zusammen. Und sorgt für ein ganz, lange und gesundes Leben. Jetzt werden wir, man kann auch die Walnüsse, wenn man möchte pürieren, ich habe zerkleinert, ist auch ok so. Jetzt werden wir einfach Honig rein tun, nach dem Geschmack. Levens Elixir Rezept ist schon fertig. So sieht es aus. Wie gesagt, das ist eine der gesundesten Rezepte überhaupt. Und schmeckt fantastisch. Man kann auch, wie ich euch schon mal gesagt habe, die Walnusskerne pürieren, zusammen mit Weizenkeime und ein bisschen Honig. Jetzt werden wir den Glas und den Kirscher aufbewahren. Und davon 2-3 Löffel am Tag gießen. Genau 500 Gramm im Glas. Und jetzt werde ich euch gleich erzählen, über die Angeschafften von dieser Walnusskerne, Weizenkeime, Bienen, Honig und Zitronen. Walnusskerne sind eine tolle Energiebombe und gut für den Körper und den Geist. Walnüsse enthalten viel an und gesättigte und essenzielle Fettsäure. Die haben Proteine, Kalzium, Eisen, Zink sowie Vitamin C und E. Nüsse enthalten Eiweiß, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Nüsse schützen vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Walnüsse helfen den Cholesterinspiegel zu senken. Nur 50 Gramm der Nüsse pro Tag reduzieren das Risiko für Herzerkrankungen. Das ist erwiesen von vielen verschiedenen Studien. Nüsse sind für die Leistung und Fähigkeit unserer Gehirn unersetzlich. Die Angeschafften von Zitrone würde ich jetzt erzählen. Und zwar die Zitrone ist aufgrund des höhen Vitamins C-Gehalt bekannt. Sie enthält jedoch auch B-Vitamine, Kalzium, Eisen, Magnesium, Kalium und Ballaststoffe. Zitrone hat viele positive Angeschafften für unseren Körper. Zitrone wirkt antibakteriell, stärkt das Immunsystem und hilft bei Abnehmen und reinigt unseren Körper. Weizenkeime Angeschafften von Weizenkeime Weizenkeime sind Nährhaft und sehr gesund. Sie enthalten jede Menge Eiweiß, Fett und Vitamine. Der regelmäßige Verzerr von Weizenkeime kann sogar den Alterungsprozess bremsen. Dadurch, dass die Keime viel Folsäure enthalten, die auch als Vitamin B9 bekannt ist. Vollsäure hilft uns gegen Arterienverkalkung, hilft gegen Demenz und Depressionen und gegen Allergien. Weizenkeime enthalten auch viel Vitamin E, die für unsere Haut und Haar sehr wichtig ist. Weizenkeime wirken als starkes Antioxidant. Weizenkeime entfernt Giftstoffe aus unserem Körper und senkende Cholesterinspiegel. Honig Ein paar Wörter über unseren sehr wichtig und sehr gesunden Honig. Honig ist eigentlich ein Alleskörner. Honig wirkt antibakteriell und hat eine antibiotische Wirkung. Er hilft bei Halsschmerzen, bei Halsentzündungen, bei gereiztem Zahnfleisch, hilft gegen Husten, pflegt die Haut, fördert die Wundheilung und pflegt die Haare und hilft sogar bei Einschlafen. Honig liefert viel Energie, hilft bei Abnehmen, Honig hilft bei Verdauungsstörungen und vermindert das Risiko für Herzkrankheiten. Honig hat viele heilende Angeschaften, die in vielen Untersuchungen und Studien bewiesen wurden. Was ich euch jetzt zeigen wollte und gemacht habe, ist ein sehr gesunde und leckere Rezept. Das ist eigentlich auch genannt eine goldene Rezept. Ich wünsche euch viel viel Spaß zum Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.